ich hoffe die leute finden das ich habe die leute finden das okay dass wir das so ein bisschen blind zocken ja klar 100 prozent war hatte ich schon ist langweilig ja hier oben kann ich auf jeden fall lang was mehr als nur die teile was ist extra live aus lippi hallo ich greife ein bisschen unter der arme kumpel ich glaube jetzt gehe ich noch mal ein bisschen aufs einfach andererseits erscheint nichts mehr lebendig zu sein slippy du brauchst du nicht zu folgen mal gucken was passiert aha wusste ich doch batsch tot und sogar drei drei jetzt drei jetzt das ist gut keep it up keep it up ah komm schon leer naja gut okay sagen wir mal ja das zählt nicht oder gut das wäre auch ein bisschen ich sehe da ist ich bin ich bin es wie ich sie das auch auch japan und japan war sicher mal fühlt aber echt mal das ist ja so gut vor die Maschine von mir nach der Boah, Alter, ey, das ist ja mal voll riesig hier. Shot, shot! Dude! Die! Oh, da war live drin. Hehehehe. Was soll die Anzeige links oben heißen? Das würde mich interessieren, echt? Ich weiß nicht. Hm, das sieht aber schlecht aus. Okay, hier gibt es noch einiges zu holen. Au! Wow! Ach, get down. Wollte ich zwar nicht, aber... Ja. Noch mehr Hilfe. Da ist mehr Hilfe. Hehehehe. Schießt die Typhoon hier ab. Muah, bin ich nicht fies? Woh, what the heck? Secret! Do you think so? Naja, vielleicht nicht ganz secret. I'm returning to fire. We're being overrun here. Blast the Space Fighters. Oh, 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 no. Ah, scheiße, ich glaube, das soll ein Zeitlimit darstellen. Oh, damn it. Oh, das ist schlecht. Ow! Ah, jetzt stache. Oh, fuck. Ja, doch, ich weiß doch gar nicht, was ich machen. Wow! Power-up! Insane Power-up! Oh ja, Spielzeug. Aber wo, wo zur Hölle... Hä? Das glaube ich noch was heißt mit Trauben. Oh, what the gun! Getlink Gun, genau. Ich frage es nur... Warte mal, ich glaube... Oh, fuck, Sides running out. Hätte ich das nur gewusst. Oh, shit, das geht nicht. Oh, fuck. Scheiße, ich wüsste, was ich machen soll. Er muss. Die werden überrannt. Oh, Gott. Scheiße, ich glaube, das müssen wir nochmal neu starten. Glaube ich ja auch. What the heck? Wer ist die Kiste? Oh, fuck, da. Klasse, eins von sechs erwischt. Bleiben noch fünf. Halt's Maul! Rot sind Ziele, na? Ja, die roten sind die Targets. Okay, dann... Wow! Ja, das sagt nicht so leicht. Oh, kack je. Hey, what the heck? Kukake! Oh, no! Fuck. Okay. Äh, sehen wir es ein. Diese Mission ist gescheitert. Vers erst. Ja. Es sei denn... Moment, jetzt versuche ich mal was ganz falsches. Das ist ein schlechtes, fucks. Es ist ein schlechtes, ich weiß. Let's go outside. Okay, ich glaube, da kann... Hm, es war vielleicht... Was passiert, wie ich die Daumenballer? Weil ich die Daumenballer kann. Oh, ich hasse Orange Mode, hab ich das schon mal gesagt. Orangen... Hä? Ähm... Willst du denn? Ich will... Drehen! Ey, was ist dir mal aufgefallen? Die ist ein bisschen weniger geworden. Vielleicht ist noch nicht... Wo ist das Schiff? Versuch das Schiff, das Scheiß, wo ist das Schiff? Da, mein Falko. Versuch das Radar. Da. Bremsen, bremsen, bremsen. Ah, what the heck? Ach, das ist tot. Hm, okay. Let's go through Crystal. Ich werde verfolgt. Au. Ja. Oh, shitty. Falko, wo komme ich wieder rein? Ich glaube... Ach, ich hab ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, du willst doch nicht wieder rein. Doch. Waaah. Ah. Okay, aber eigentlich wäre... Rein theoretisch hätte ich jetzt Schaden genommen im Alten. Du kannst doch jetzt noch hier ein paar Schiffel niederballern. Dann hast du wieder Zeit. Je. Gold... Goldener Ring? Geil. Unser erster Goldener Ring. Ah, dann... Gibt dir Goldene Ringe los. Ah, genau. Ah, ja. Gut, er ist... Moment, was war... Ah, fuck. Wie war damals noch umdrehen? Nach hinten und, ähm, Boost. Ne, nicht nach hinten, Boost. Aber noch was mit Bremsen. Ah, scheiß drauf. Gefliegt nur. Ich weiß. Ne, oder weniger. Na, das ist doch mal funny. Blinds machen wollen wir jetzt keine gute Idee, aber... Naja. Who cares? Oh, God. Sorry, Cat. Yay, Silver Ring. Puh, also sterben wäre ich hier draußen bestimmt nicht. Zumindest nicht von... Ich auch, ja. Frage ist, wie komme ich da... Ah, genau. Ne, doch nicht. Hä? Hm? Nochmal, Herr. Ah, genau. Hier. Geht's, glaube ich, wieder rein. Ne. Henry, sitch down! Ah, wo geht's wieder rein? Ich muss doch wieder rein, oder doch nicht. Oh ja, doch, ne? Ja, irgendwie, ja. Nur du... Paar Schiffe vielleicht noch daumenbringen, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Das darf man verweichen. Alter, wenn ich irgendwie... Barrow kann ich auch nicht machen. Da geht's rein. Ja, genau. Ach, da, oh yes. Let's go in. So noch umdrehen und dann... Raus hier. Okay, jetzt können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, jetzt können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. So noch mal, mal wieder raus. Vier... Ich sag hier, vier Augen sehen mehr als zwei. Echt mal. Äh... Da oben ist Health. Okay, let's go here. Hab ich schon alles kaputt gemacht? Ja, schön. Hm. You should break down the targets. Ja, aber... Oh, die sind alle oben. Weit... Ne, ich war mal. Unten war, glaube ich, eben auch eins. Geh noch mal runter. Das kann sein, wenn du... Genau, genau, hier lang. Genau. Fett heißt, die sind auf der gleichen Ebene wie ich. Sensor... Ah, ich... Ich nehme mal eine Sensorbomb, just for fun. Die Teile bewegen sich ja nicht, ne? Das sind ja sozusagen... Bam. What the... Okay, dann lege ich es halt drauf. Oh God. Hehehe. Ja. Ich meine, wozu soll ich... Wozu soll ich gute Ammo verbrauchen? So was? Was soll ich auch? Da war ein Gegner drin. Nein. Was da ist? Und ein neues Ei dann. Noch eine Sensorbomb. Das bräuchte ich aber wieder ein bisschen her auf. Ja, das schwört man sich doch nicht. Ah gut, ist doch genug her auf. Und Zeit haben wir ja auch wieder genug. Mit dem... Dort ist ja eigentlich angefangen. Gut, ein bisschen weniger, aber trotzdem. Okay, rotes Zeichen war vielleicht nicht gut. Das heißt vielleicht komplett heal, aber scheiß drauf. Ich habe eine Idee, lass uns mal... Ah, nee, warte mal, bevor ich hochgehe. Das Blaster ist only chargeable and is otherwise lame. Es ist chargeable, ja, und dann kriegt die Teil auch mit einem Schuss kaputt. Hey, Slippy, lange her. Ja, ich glaube, ich höre mal extra live hier. Extra live! Extra live! Immer gut. Ja, laser charging ist auch nicht schlecht. Oh yeah! Jetzt weiß ich, was ich aufgehoben habe in Corneria, äh, Fortuna. Dass ich meinen Laser weiter chargen kann, weil es war auch so rot. Ah! Oh Gott, Alter, was ich jetzt traf, das ist definitiv kaputt. Ah. Ah! Okay. Ein bisschen mehr Auto-Aim wäre nicht schlecht. Fuck, fuck. Okay, genau. Bleib da stehen, bleib da stehen. Bleib da stehen, habe ich gesagt. Kack Arsch! Oh, Extra-Weapon. Ah, nee, Sniper! Ja, doch, wie oft noch? Damn! We know we are all gonna. We know we are all, man. Oh, ha, wie, who, 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 who. Da zieh mich erstmal zurück. Eins. Drei. Und? Na, na, na. Komm, komm. Drei. Haha. Ja, das ist ein bisschen gemeiner, aber... Der hat mich auch... Wenn er jetzt noch den Stab aus Star Fox Adventure, das wäre geil. Hm, na, Milly, ich glaube, Milly, kannst die auch vergessen. Okay, ich sehe Barrels rolling, das heißt, Blaster rausholen, Schorchen.